Hallo Leute, willkommen zurück zu eurem TaziXY. Heute möchte ich euch erzählen, wie ihr unter Windows 8 automatisch SSH Private Keys laden könnt. Automatisches Laden von SSH Private Keys ermöglicht es euch, euch automatisch auf euren Server zu verbinden, via SSH natürlich und ihr müsst danach nicht das Passwort mehr eingeben. Das ist sehr sehr praktisch. Man kann einfach SSH, Root, Add, was weiß ich und dann geht es los. Das ist wirklich entspannt. Das möchte ich euch jetzt einmal näher bringen, wie ihr das erreichen könnt. Und zwar braucht ihr dafür unter Windows folgendes Programm, es nennt sich Pageant, das ist zu kriegen auf dieser Website. Also zuerst gibt ihr bei Google Pageant ein. P-A-G-E-A-N-T. Ich hoffe, das kann man hier gut lesen. Dann kommt ihr auf Putty Download Page. Da klickt ihr drauf und dann müsste hier eine Excel-Datei sein. Diese Excel-Datei lädt ihr runter, holt euch die Excel raus. Zack, hier haben wir sie. So, jetzt haben wir hier diese Pageant-Exe. Mit dieser Excel kümmert sich darum, dass die Private Keys unter Windows automatisch geladen werden. Aber jetzt müssen wir ihnen erstmal den Private Key hinzufügen. Das kriegen wir wie folgt hin. Ich habe das Programm schon vorher einmal gestartet, deswegen möchte ich nicht diese Excel nochmal starten. Aber wenn ihr diese Excel startet, kommt dasselbe, als wenn ich sie schon hier gestartet hätte. So, deshalb, ihr werdet... Ach, ich kann das auch mit dieser Excel machen. Das ist auch kein Problem. So, zack. Oh, Preation is already running, war ja klar. So, Exit, gehen wir raus. Zack, öffnen wir die hier. Und wie ihr seht, ist es genau das Gleiche. So, jetzt müsst ihr euren generierten Private Key, das ist wieder für sich ein komplett eigenes Thema. Ich hoffe, ihr habt einen Private Key. Den müsst ihr hier hinzufügen. Bei mir ist dieses Private Key. RSA PPK. Eine PPK-Datei müsste das sein. Die öffnet ihr. Und jetzt könnt ihr euch schon zu eurem Server verbinden. Wir haben jetzt noch ein Problem. Und zwar möchte man ja nicht jedes Mal Pageant neu starten müssen und jedes Mal diesen blöden Key wieder hinzufügen. Und deshalb gibt es da einen kleinen Trick, den man sich bemühen kann. Nämlich, dass man Pageant mit Parameter im Autostart startet. Das kann ich euch auch gerne einmal zeigen. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir holen uns zuerst... Ja, ja, ist ja gut. Already running. So, hier, zack. Wir holen uns jetzt erst einmal den Pfad von unserem Key. Der liegt ja hier. Wie kriege ich den am schnellsten? Hier, so, zack, zack. Hier, ich hole mir... Das ist hier die umständlichste Variante, einen Pfad zu holen, aber ich habe keinen Bock, da ganz hin zu browsen. Hier gehen wir nochmal drauf, klicken auf Ausführen und dann Shell Doppelpunkt Startup. Oh, da steht es auch schon. So, Enter. Und dann kommen wir zum Autostart-Ordner in Windows 8. So, ich habe nur eine Knüpfung hier angelegt. Meine echte Datei liegt... Ja, wo ist sie? Hier, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo hier ist Sven? Wo ist Sven? Da, alles klar. Hier ist es. So, meine echte Datei liegt natürlich hier. Wo ist sie? Da. So, davon könnt ihr eine Verknüpfung erstellen, zum Beispiel an Desktop senden. Und jetzt können wir die hier mal rauslöschen. So, und jetzt schmeißen wir die einfach hier rein, die Verknüpfung. Und jetzt habt ihr nämlich die Möglichkeit, ein Ziel anzugeben. Das geht leider nur bei einer Verknüpfung. Deshalb dürfen wir die Echse nicht direkt rein kopieren. Weil wenn wir sie direkt rein kopieren, das kann ich auch einmal zeigen, dann habt ihr nicht die Möglichkeit, hier ein Ziel anzugeben. Und wir brauchen aber ein Ziel. Und außerdem ist es ganz nett, wenn man alles in seinem Home-Verzeichnis hat, dass man sofort darauf zugreifen kann. Also direkt auf, wenn ihr hier CMD eingebt, könnt ihr sofort hier Putty und los geht's. Ihr könnt das natürlich auch in die Umgebungsvariablen reinparken. Aber darum soll es hier nicht gehen. Es geht hier eindeutig erstmal um, wie kann ich die Keys denn jetzt automatisch laden. Nämlich, wenn ich auf Eigenschaften gehe und hier im Ziel einfach den Key dahinter hinpaste, den Pfad zum Key. Jetzt ist das der erste Parameter für die Echse und das ist der Key. So, das macht folgendes, dass ihr jetzt bei jedem Start von Windows oder einfach immer grundlegend eure Keys geladen habt. Und ihr müsst nie wieder euch darum kümmern, dass ihr auf euren eigenen Server irgendwelche Passwörter eingeben müsst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Das war's für mich heute. Euer TaziusY. Ciao.